So, dann sollte der Cut gesetzt sein. So, wir werden jetzt in der Folge diesen Auftrag ausliefern, mit Volltempo, werden uns nochmal ein bisschen den Durchplan am Fahrer ansehen, wie wir das jetzt dann handhaben. Jetzt geht es eh fast bis rauf, einmal jetzt nur Autobahnen, bis zur Mautstelle, bis zur nächsten. Wenn wir dann dort sind, dann sind wir auch schon fast da. So, dann sind wir auch schon fast da. Genau, und jetzt haben wir es nochmal geradeaus, und wir sind zurück. Und wir sollten uns halt jetzt nicht erwischen lassen von der Polizei, weil dann können wir wirklich. Und wir können uns halt mal wiederholen. Und wir können uns halt mal wiederholen. Und wir können uns halt mal wiederholen. Vielen Dank. War das im Griff? War das im Griff? Es wundert mich, dass wir nicht nur einmal noch umgekippt sind. Wie ist das? A90... Haben wir noch phones? Gut. Wow, eine Kulisse hier. Aber gut, wir haben auf jeden Fall jetzt vier... Also mit fünf LKWs, vier Fahrer... Ich möchte noch was probieren nämlich. Okay. 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 So... Wo ist der Weg? Home. Home. Place will go home. Ich würde es interessieren, wenn ich das jetzt nicht mache. Okay. Aber wir wissen, was passiert. Minus 2000. Man muss jetzt alles probieren, wenn wir nicht richtig fahren. Dann müssen wir alles testen. Kuckuck. So, harte Rechtskurve. Ohne Umkippen haben wir gesagt. Also wir biegen jetzt schon ein. Was habt ihr nicht gesehen? Alles gut. Nichts passiert. Wir leben. Ich dachte jetzt, das ist totaler. Total krisch habe ich jetzt gedacht. Gut. Wie lange haben wir es noch dazu? Ausflug. Und dann 76 Kilometer. Ankunftszeit 0.12 Uhr. Auf jeden Fall keine 17.000 mehr. Auf jeden Fall. 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 yei, jei crocodile. Wie gesagt. Das ist der letzte Romefahrt. so damit wieder schön fahren einkommen bekommen 1100 und felix 45.000 die tage auf jeden fall mal wieder rechnungen bezahlt salzburg 135 kilometer um 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Boom Kurz habe ich jetzt nicht gesehen Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, Pache, damit du noch mal Wir waren auch noch nie in Salzburg, das ist mir gerade eingefallen. Erst Malen und dann mit Zorn auftritt. Ich glaube die 17.000 haben alle verbraten auf jeden Fall jetzt bei der Fahrt Richtung Mailand. Also von Mailand bis. So. 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 Ja versprochen wie gesagt nächste Folge kann man dann wieder normal höhen richtig korrekt. Jetzt haben wir jetzt ein paar Folgen kurz den Stecker gezogen, ein bisschen rasant gefahren, das hat uns viel Geld gekostet auch, also wir haben sicher für Strafen jetzt schon 30, 40.000 bezahlt, da denke ich mir, da ist wieder fast ein blauer LKW, aber gut. Vielen Dank. 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 So. Klasse. Klasse.